Hey Freunde, Fabian Magic hier. Heute zeige ich euch einen richtig coolen Trick mit diesem Stift hier. Eure Aufgabe ist es, immer den Stift zu beobachten. Passt auf, ich nehme den Deckel ab, wenn ich ein bisschen drücke, verschwindet der Deckel und erscheint wieder hier am Stift. Das hing etwas schnell, wir machen es nochmal. Passt auf. Der Deckel, einmal tippen und der Deckel verschwindet und erscheint wieder hier hinter meinem Knie. Schaut her. Eins, zwei und der Deckel verschwindet, ne, der Stift verschwindet und der Stift erscheint wieder hinter meinem Ohr. Okay, passt auf, nochmal. Ich nehme jetzt den Stift und der Deckel, oh, der Deckel verschwindet dieses Mal und erscheint wieder hier hinter meinem Ohr. Äh, wo ist jetzt der Stift? Oh, ich glaube der ist, seht ihr? Passt auf. Weil hier drin ist jetzt wieder der Stift. Auf jeden Fall Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft ihr das Video sehen musstet, um alles zu sehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, Magie hautnah mit Fabian Magic.